Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der Serie The Mandalorian. Ja, endlich ist sie da. Wir freuen uns sehr. Und mit wir meine ich zum einen mich. Ich bin der Dom, wie immer hinter dem Mikrofon. Und ich habe mir erlesene Gäste eingeladen für diesen Cast, für diese Besprechung. Der wäre zum einen aus den unendlichen Weiten des Outer Rim-Territoriums live zugeschaltet, der Christopher. Das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Jetzt habe ich es aus meinem System gekriegt. Danke. Ja, Baby Yoda everywhere. Schön, dass du dabei bist. Dann haben wir Frisch von Kashyyyk, ein entfernter Verwandter von Chewbacca und Tafoul. Und wir möchten nicht wissen, wie dieses Verwandtschaftsverhältnis entstanden ist. Heißt du? Hallo. Und Cousinen und Cousins dürfen heiraten. Nicht im Star Wars-Universum. Sag das mal Luke und Näher. Schöner Auftakt, ja. Und last but not least. Ein Mann, der wie so ein Attentäter nie einen Blick zurückwirft, sondern immer nach vorne schaut. Der Patrick. Das ist der Weg. Und lass ihn aussprechen. Ja. Tja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Muss man auch. Das war der scheiß Helm. Sorry. Okay. Ich kann dich warm oder kalt abliefern, Patrick. Denk dran. Oder Patrick kann uns warm oder kalt abliefern. So, jetzt genug der schlechten Witze. Ja, es freut mich sehr. Mensch, endlich ist sie da, die Serie. Wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Und ja, die erste Live-Action-Serie im Star Wars-Universum. Erst mal so zum Einstieg. Was waren eure Erwartungen daran? Wer möchte? Erwartungshaltung bezüglich des Looks war sehr hoch. Weil Disney war klar, dass das hier nicht das Star Wars-Äquivalent zu Agents of S.H.I.E.L.D. werden dürfte. Es durfte einfach nicht aussehen wie eine Fernsehserie. Es musste einen Kinolook haben. Und was das betrifft, haben sie mich vollends überzeugt. Die Effekte und die Action finde ich sehr ansehnlich. Erwartungshaltung an den Plot hatte ich so gar nicht. Ich wollte es einfach mal auf mich zukommen lassen. Patrick, wie war es bei dir? Nach König der Löwen hatte ich an Jon Favreau gar keine Erwartung. Ich habe wirklich auf gute Optik gehofft, auf solide Action, auf einen passenden Score. Aber Inhalts darf man bei Star Wars eh nicht groß erwarten. Okay, und last but not least, Stu? Ja, ich würde mich als Star Wars-Fan bezeichnen. Allerdings einer, für den Star Wars halt aus den Filmen besteht. Und für den alles andere eigentlich nicht mehr als Merchandise ist. Deswegen, ich war schon gespannt. Aber ich war jetzt keiner, der da irgendwie mit schwitzigen Händen den Star-Tag entgegengefiebert hat. Und habe es halt einfach auf mich zukommen lassen. Ja, bei mir ist es so eine Mischung aus allem Möglichen. Also ich muss dazu sagen, ich schätze die Serie The Clone Wars aus dem Star Wars-Universum. Deshalb bin ich Star Wars im Serienformat durchaus gewöhnt, sage ich jetzt mal. Und ich war durchaus neugierig darauf, weil eben auch hier Dave Filoni, der halt federführend bei The Clone Wars war, auch jetzt bei dieser Serie involviert war. Ich war allerdings sehr überrascht, dass Jon Favreau nicht nur Showrunner der Serie ist. Also Jon Favreau, der beispielsweise die ersten beiden Iron-Man-Filme oder auch das Remake von König der Löwen gedreht hat. Und weswegen ich auch jetzt nicht unbedingt so die höchste Meinung von ihm hatte zuletzt. Aber ich war tatsächlich überrascht, dass er nicht nur als Produzent und Showrunner tätig war, sondern auch größtenteils als Hauptdrehbuchautor des Ganzen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil normalerweise gibt es ja bei solchen Serien schon irgendwo dann einen Writer's Room. Und dass er einen Großteil aller Folgen geschrieben hat, aber zum Beispiel keine inszeniert, das hat mich schon sehr gewundert. Weil, soweit ich weiß, hat Jon Favreau bislang als Drehbuchautor null Erfahrung. Und das merkt man seinen Skripten auch an. Und das ist auch tatsächlich eines der Hauptprobleme, was ich mit der Serie hatte. Also Dave Filoni hat, so wie ich das hier sehe, zwei Folgen inszeniert. Die fünfte und die erste Episode. Genau. Und Jon Favreau gar nichts. Aber der hatte wahrscheinlich mit Lion King zu tun. Und ich meine, wenn man sich da entscheiden muss, so Mandalorian, Lion King. Man weiß nicht, was für einen Druck Disney da ausgeübt hat. Ich nehme Cats. Cats, ja. Oder wäre auch besser gewesen. Ja, Jon Favreau's Cats hätte ich lieber gesehen. Mensch, aber bevor wir uns jetzt hier versteigen und eventuell noch irgendwie abdriften, in die Galaxien in unseren Köpfen. Christopher, willst du ungefähr so umreißen, worum es bei der Serie geht? Wir befinden uns in einer Zeit, die fünf Jahre nach dem Ende von die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist. Die neue Republik ist dabei, errichtet zu werden. Sie hat aber noch nicht alle Bereiche der Galaxie erreicht. Auch nicht das Outer Rim, das nach wie vor ein Sammelplatz für das Gesindel ist überall. Die Gesetzlosen und die Ehrlosen. Und in diesem Bereich des Universums befindet sich unser, am Anfang noch, namenloser Mandalorianer. Er hat sich einen Namen gemacht in der Kopfgelder-Gilde. Er ist ein absoluter Spezialisterin, flüchtige Leute aufzuspüren, in Gewahrsam zu nehmen und dementsprechend dann auch die Beute zu kassieren. Und ein paar abtrünnige imperiale Auftraggeber, eine Splittergruppe des ehemaligen Imperiums, gibt ihm den Auftrag, einen 50-Jährigen aufzuspüren. Er macht sich auf den Weg und nach langer Reise und vielen Shootouts findet er dann auch diesen besagten 50-Jährigen, der sich jedoch als Baby herausstellt. Und es ist nicht irgendein Baby. Es ist ein Baby, das der Rasse angehört, zu der auch Yoda gehört. Wie man sich denken kann, altert es dieser Rasse sehr, sehr langsam. Und nicht nur das, dieses Yoda-Baby oder Baby-Yoda, wie er nun mal vom Internet getauft wurde, ist auch machtsensitiv. Es gibt immer wieder Momente, wo man sieht, dass er die Macht beherrscht und auch dementsprechend einsetzen kann. Und unser Mandalorianer und Yoda bestehen daraufhin von Episode zu Episode diverse Abenteuer, da dem Mandalorianer sehr schnell ein Gewissen wächst und er sich entscheidet, Yoda nicht gegen das Kopfgeld einzutauschen und die beiden von da an sehr viele Verfolger auf ihren Spuren haben. Okay, gut, soweit zur Ausgangslage des Ganzen. Wir müssen an dieser Stelle natürlich erwähnen, das hier ist ein reiner Spoiler-Cast. Also wenn ihr völlig unvoreingenommen und unbelastet und unbefleckt an diese Serie herangehen wollt, dann macht jetzt spätestens an dieser Stelle aus, also Baby-Yoda, also sorry, jeder, der mal irgendwie in den letzten Monaten das Internet angemacht hat, wird von Baby-Yoda mitgekriegt haben. Gen im Alien, was fast das Internet hat zusammenbrechen lassen. Aber Hochachtung an all die, die es geschafft haben. Ja, bist du. Tut uns leid, dass wir uns verraten haben, aber auch Hochachtung an euch, wirklich. Mir gefielen am besten die Memes zu Marriage Story, die sollte sich jeder mal ansehen, sind sehr, sehr komisch. Gut, ja, also ab hier dann wirklich eine definitive Spoiler-Warnung für Leute, die halt wirklich gar nichts wissen wollen. Ja, Mensch, wie gehen wir es an? Zuerst mal, wie seid ihr tatsächlich in die Serie reingekommen? Vielleicht auch mal an Stu. Du hast ja noch nie wirklich eine Serie oder was außerhalb der Filme von dem Universum gesehen. Also ich habe schon mal so bei Clone Wars reingeschaut und bei Clone Wars ist einfach so, ich mag die Stilistik nicht. Und nach drei Folgen hatte ich auch irgendwie keinen Bock, weil ich bin halt wirklich so Purist, was Star Wars angeht. Und ich muss sagen, ich war, als ich die erste Folge geguckt habe, war ich doch sehr angetan. Und das hatte genauso diesen Look und dieses Feeling, was ich persönlich mit Star Wars verbinde. Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, so eine der ersten Szenen, wenn er da in diese Bar geht auf diesen Wüstenplaneten, oh ja, es gibt einen Wüstenplaneten, wer hätte das gedacht bei Star Wars. Und nicht nur einen. Kam schon so Mos Eisley-Erinnerungen zurück. Also so der Startpunkt war schon mal gut. Danach, ja, da kommen wir natürlich später hinzu. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben bisher, wen wir denn hier so im Cast haben. Also als Hauptdarsteller, auch wenn wir ihn eigentlich lustigerweise nie zu Gesicht bekommen, haben wir hier Pedro Pascal. Stu, wie hast du es mal kommentiert? Er bekam in Game of Thrones die Birne zerquetscht und musste ihr deshalb einen Helm tragen. Genau. Oh, Spoiler für Game of Thrones. Ja. Womit sich aber auch gleich für mich eine der allergrößten Stärken der Serie herausstellte, weil trotz des Helms kann man nicht sagen, dass der Charakter irgendwie emotionslos monoton wirkte. Nein. Und dass da wirklich mit sehr feinfühligen Gesten gearbeitet wurde. Er muss nur manchmal ein bisschen den Kopf zur Seite drehen und man sieht ihn an und weiß sofort, was er denkt und was er fühlt. Die Art und Weise, wie sie das visualisiert haben, obwohl er nie den Helm abnimmt, fand ich wirklich großschlag. Wobei ich sagen muss, mir war klar, dass er halt eben nicht, ich meine, er wird vorgestellt als richtiges Badass. Ja, der keinen Spaß versteht und der auch mal gerne mal ein, zwei Leuten tötet. Gleich in der ersten Folge gibt es ja so einen Häftling, den er ja auch, ich sag mal, eiskalt erwischt. Und dann kommt halt eben dieses Baby Yoda und zack, hat er plötzlich Gefühle. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es geiler gefunden, wenn er noch längere Zeit wirklich gefühlskalt agieren hätte. Kann ich auch nur bestätigen. Also das ist für mich schon, da fingen für mich schon die Probleme an, weil du hast das Gefühl, dass er in der ersten Folge wird er halt als, ja, eiskalt und berechnend eingeführt. Also allein schon die allererste Szene von ihm, wo er dann wirklich, also das ist wirklich genau so ein Äquivalent zu einem Western. Also er stößt halt die Saloon-Tür auf, hier ist es halt dann irgendwie eine elektrische Tür und geht dann in so eine Bar halt und stellt dann eben diesen Häftling, den er dann überführen soll. Und da wird er halt als eiskaltes Dreckschwein eingeführt, von wegen, ja, ich kann dich kalt abliefern oder warm. Und ja, sobald er dann irgendwie Baby Yoda berührt, also irgendwie ist das auch so eine, am Ende der ersten Folge, das ist fast schon so ein E.T.-Moment. Also ich habe sogar echt überlegt, wann Yodas Finger anfängt zu glühen. Und ich, also mein großes Problem ist an der Stelle tatsächlich, dass die Figur dann eigentlich keine Entwicklung mehr durchmacht. Also die Charakterentwicklung von Mando ist eigentlich in der ersten Folge bereits abgeschlossen. Kann man so sehen. Ich fand nur die Flashbacks, die es gab zu dem Moment, als er seine Eltern verlor, die wurden ja schon sehr früh eingestreut in der ersten Episode, die ja dann erst in der letzten Folge aufgelöst wurden, als man gesehen hat, wer seine Eltern getötet hat und dass die Mandalorianer ihn dann aufgenommen haben. Ich glaube schon, diese Flashbacks hatten den Sinn und Zweck zu zeigen, ja, okay, um jetzt mal den Klischeebegriff zu benutzen, harte Schale, weicher Kern, von wegen, er tut das, was er tun muss, aber er ist eigentlich irgendwo schon ein Mensch mit Prinzipien und jemand, der nicht unbedingt Bösartiges tun will, wenn es sich vermeiden lässt. Von daher kann ich das für mich irgendwo entschuldigen, dass das dann so schnell ging, als er auf Baby Yoda traf. Weil ich schon finde, die Flashbacks haben angedeutet, er hatte schon immer diesen weichen Kern. Es gab halt nur irgendwie nie einen Katalysator dafür, dass der zur Geltung kommen könnte. Na, mit diesen Flashbacks bin ich auch nicht so glücklich gewesen. Die fand ich sehr, sehr stümperhaft hergeleitet tatsächlich jedes Mal. Ich habe auch nicht ganz so verstanden, weil wir müssen dazu sagen, es gibt jedes Mal Flashbacks, wenn er bei dieser Mandalorianer-Tussi ist und sie ihm irgendwie was Neues zurechtschmiedet oder was auch immer, dann guckt er immer ins Feuer und erinnert sich an seine düste Vergangenheit. Und es ist halt so richtig so aus dem Drehbuchbaukasten geschrieben, fand ich. Ich finde sogar, es ist so ein bisschen gamemäßig. Also jedes Mal nach einer erfüllten Mission kriegt er so ein neues Ausrüstungsstück, das ihnen geschmiedet wird und dann kompletiert er seine Ausrüstung weiter. Das ist wirklich so Game-Dramatik oder das Eins und Eins des Gamens. Ja, Game ist halt auch ein gutes Stichwort bei der Serie. Weil manche Plots, worauf wir dann vielleicht noch später eingehen werden, könnten durchaus aus einem Videospiel starten. Was ich dem aber noch nicht mal so beanlasten würde. Es ist ja so, Jon Favreau und Dave Filoni bekamen ja vor der Produktion noch Besuch von George Lucas oder haben sich mit George Lucas getroffen und ausführlich ein bisschen gequatscht. Also sie haben nicht direkt Ideen von ihm übernommen, aber haben sich schon ein bisschen inspirieren lassen vom Altmeister. Und dann müssen wir mal an die Tatsache herangehen, wie hat George Lucas damals den Original Star Wars geschrieben? Als Hommage an die Sachen, die er liebte. An die alten Abenteuer-Serial-Filme aus den 40er Jahren. Natürlich auch inspiriert von den Samurai-Filmen von Akira Kurosawa. All die Sachen, die George Lucas mochte, hat er ja zusammen gemixt und eben in einen Sci-Fi-Korsett gezwängt. Und das ist mehr oder weniger das, was Jon Favreau hier auch tut. Der Writing-Style ist halt sehr, sehr altmodisch und man kann es nicht anders sagen, sehr, sehr Lucas. Er nimmt den Spaghetti-Western und überzieht ihn eben mit der Star-Wars-Verkleidung. Ja, das ist ja an und für sich auch nicht unbedingt was Schlechtes. Also man muss... Das ist ja das... Jaja, das war eigentlich... Das habe ich eben genannt, um eben zu zeigen, die Art und Weise, wie hier gearbeitet wurde beim Drehbuchschreiben, ist Oldschool Star Wars. Und von daher kann ich nicht sagen, dass mich das enttäuscht hat. Ich habe ganz ehrlich bei einer Star-Wars-Serie keine Drehbücher auf HBO-Level erwartet, sondern eben Sachen, die mit Absicht so simpel gestrickt sind und eben durch tolle Visuals und auch eben durch Herz und Spaß überzeugen sollen. Ja, ich weiß nicht. Gerade diese Referenzen, gerade was Samurai-Filme angeht, ist ja bei der Mandalorianer sehr stark. Wenn er halt mit diesem Baby-Hooder unterwegs ist, das hat mich halt wirklich so ein bisschen an die Star-Wars-Variante von Lone Wolf und Cup erinnert. Mhm. Ist auch eine Anspielung wohl da drauf, ja. Ich finde es halt von der Erzählweise ziemlich aus der Zeit gefallen. Wir sollten das nicht mit anderen Serien vergleichen, aber wenn man das mit anderen Serien vergleicht, wirkt es halt echt wie so ein Relikt der 90er mit einem besseren Filter, mit besseren Effekten. Ja, das trifft es. Wo ich ja das Problem hatte, am Anfang sah alles danach aus, dass es so, dass eine Story halt immer weitererzählt wird. Und dann, ich glaube, ab Folge zwei oder drei war es halt wirklich so, dass jede Woche oder jede nächste Folge war halt immer so, so das Monster der Woche. Ja, da wurde halt irgendwas anderes gemacht. Klar, Baby-Yoda war noch irgendwie dabei, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, dass es keine wirklich mehr fortschreitende Handlung ist, sondern einfach, dass der Mandalorianer, ich nenne jetzt einfach mal Manni, ja, dass Manni halt in jeder neuen Folge halt irgendwo anders ist. Manni. Ja, und das hat mich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand die meisten Folgen, die halt zu dieser Grundgeschichte gehört haben, fand ich relativ stark und interessant. Und die meisten Folgen, wo halt eben mal hier, mal da war, hat da jemand geholfen oder da hatte mal jemanden gejagt, die fand ich meistens immer eher etwas schwächer. Ja. Ja, der Plot, der Überbau der ganzen ersten Staffel hier, dass er auf der Flucht ist mit Baby-Yoda, der war immer präsent, aber es stimmt, ab der Mitte waren es halt für sich abgeschlossene Folgen. Zuerst, als ich die Folgen für sich sah, hat mich das nicht gestört, weil ich, wie gesagt, mit den Folgen an sich meinen Spaß hatte. Aber dann, als es auf das Finale zuging und du hattest die letzten beiden Folgen wirklich so konstruiert, dass es eine Story war und dass dann die siebte Episode auch einen Cliffhanger hatte, der in der achten Episode aufgelöst wurde, da kam bei mir dann auch das Gefühl auf, es wäre besser gewesen, wenn die ganze Serie so konstruiert worden wäre. Ja, das wirkt halt unentschlossen. Deshalb wirkt so dieser Mittelteil fast schon wie so ein Filler. Und ich finde das dann auch, ich weiß nicht, also was mich echt einfach ernüchtert hat, dass du wirklich, ich meine, das sind nur acht Episoden und zwei davon sind für mich persönlich eigentlich Filler. Das ist einmal Episode 2, das Kind, und Episode 5, der Revolverheld oder The Gunslinger. Weil in denen passiert nichts großartig. Also Folge 2 handelt wirklich nur davon, wie er irgendwie auf Jawas trifft, die ihn irgendwie erst alle machen wollen. Dann trifft er auf Nick Nolte wieder, den er schon in Folge 1 getroffen hat, der da irgendwie seine komische Zucht hat auf einem Wüstenplaneten, wo halt auch nie gesagt wird, wie der Planet heißt. Also das ist so, jeder Wüstenplanet ist anscheinend irgendwie quasi gleich Tatooine. Und auf jedem Wüstenplaneten gibt es Jawas. Also das wirkte schon echt ein bisschen faul auf mich. Und wie gesagt, diese zweite Folge, die besteht wirklich nur daraus, dass er irgendwie mit den Jawas verhandeln muss. Ja, wir geben dir das und das Ersatzteil. Und ja, dafür musst du dann die und die Quest machen. Ja, willkommen in Mandalorian The Video Game. Und ich weiß nicht, also das fand ich echt schwach geschrieben auch. Und klar, ich kann mich dann irgendwie von diesem Western-Flair und den tollen Bildern kann ich mich irgendwie allen nullen lassen. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch fragen, ich will jetzt halt, dass damit auch mal irgendwas passiert. Irgendwas, was sich bedeutsam anfühlt und nicht wie so, ja, wir haben jetzt halt den Mandalorianer und wir ruhen uns jetzt eigentlich nur darauf aus, dass wir, dass es halt total geil ist, dass wir jetzt halt ein Western im Star-Wars-Universum haben. Und findet ihr das nicht auch geil, dass wir ein Western im Star-Wars-Universum haben? Und haben wir erwähnt, dass wir ein Western im Star-Wars-Universum sind? Das nutzt sich sehr schnell ab, wie ich finde. Ich möchte übrigens noch erwähnen, dass es das Schöne an Mandalorianer ist, dass es ja quasi ein Western im Star-Wars-Universum ist. Ja, ja, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Insgesamt hat mich, das auch das hat mich nicht so sehr gestört, weil sagen wir mal so, ich mag es auch, wenn du einen Plot hast, der einfach unentwegt voranschreitet und wo es da einfach keine tote Luft dazwischen gibt. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man einfach mal mit einem Charakter ein bisschen pausiert, mit ihm Zeit verbringt und ein bisschen mit ihm die Zeit einfach killt, dass, wenn es dann wieder ernst wird und die großen Emotional Beats kommen und die wirklich dramatischen Wendungen kommen, dann sitzen die manchmal umso härter, weil man eben einfach nur so in manchen Folgen ein bisschen Zeit mit den Figuren verbracht hat. Es gibt andere Serien, die das mit Sicherheit gekonter gebracht haben als The Mandalorian, garantiert. Das ist hier nicht ganz rund. Da würde ich dann auch sagen, das hat was mit Jon Favreau's Unerfahrenheit als Autor zu tun. Ja. Aber das ist im Konstrukt, wie das alles hier konzipiert ist, finde ich das okay. Nur in der Umsetzung, da hapert es eben. Aber es ist nicht so, dass ich der Serie formell hier Fehler beim Schreiben vorwerfen würde. Es ist einfach so, dass es ist irgendwie nicht so gut gekonnt, wie es gewollt wurde. Wobei man ja auch sagen muss, was der Serie trotz ihrer narrativen Schwäche zugutekommt. Die erste Staffel hat acht Folgen und ich glaube, die längste Folge geht gerade mal 40 Minuten. Das kann man wirklich richtig gut weggucken. Also selbst die Folgen, die mir jetzt nicht viel gegeben haben. Ich saß, also als die dann der Abspann, übrigens die Abspände sind super. Oh ja. Ich saß dann nicht da und dachte so, ach so eine Scheiße. Ich war schon enttäuscht, aber das waren halt 30 Minuten. Ich habe mich da schon durch schlimmere Sachen gekämpft, die dann dreimal so lang waren. Was ich halt bezeichnend für die Serie noch fand, dass die Serie so richtig in den Gang kam, als Jon Favreau dann mal bei ein paar Folgen nicht dabei war. Also gerade die letzten drei Folgen, die haben ein ordentliches Tempo, ordentlichen Zug und haben auch eine individuelle Handschrift. Die funktionieren als Minifilme sogar noch am besten. Und die greifen dann auch endlich mal die arg vernachlässigte Handlung auf. Ja, du hast es vor allem bei dieser sechsten Folge gemerkt, die mir mit am besten gefallen hat persönlich. Die wurde ja inszeniert von diesem Rick Famujiva. Den kenne ich jetzt nicht persönlich. Der hat so vor diesen sehr guten Comic-of-Age-Film Dope gedreht. Ah, genau. Und war dann auch ein Gespräch für Flash, glaube ich. Genau. Ja, und da merkt man halt, also der Folge, der kommt wirklich zugute, dass der Regisseur auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Weil man merkt richtig, sie haben die Geschichte wirklich so auf diesen Handlungsort. Das müssen wir kurz erwähnen. Da geht es darum, dass der Mandalorianer mit einer Truppe von Söldnern einen irgendwie Häftling, glaube ich, befreien soll aus so einer Gefängnisstation. Und das ist durchaus wirklich spannend inszeniert. Das hat mich persönlich an Alien 4 erinnert, den ich ja ganz gerne mag. Boah. Von der Inszenierung her. Und ja, also dazu halt auch wirklich so in den Dialogen oder halt bei den Figuren hast du halt gemerkt, dass da Jon Favreau nicht mit an Bord war. Weil ich, ganz ehrlich, Jon Favreaus Folgen sind immer so, ich kann das schwer beschreiben, aber ich finde seine Schreibe manchmal tatsächlich langweilig. Also die Inszenierung, die rettet es dann zwar noch, aber die Dialoge, die sind so funktional und irgendwie auch ohne großartige Persönlichkeit. Ja, ich weiß auch nicht. Und was mich tatsächlich auch stört, dass man, also weiß ich nicht, so wirklich handelnde Figuren hat man eigentlich erst ab der vierten Folge, wo dann die Figur von Gina Carano eingeführt wird, diese Cara Dune, diese ehemalige Schocksoldatin des Imperiums. Die hat da, glaube ich, dann echt ein bisschen frischen Wind reingebracht, für mich zumindest. Ansonsten war das irgendwie, aber mir alles zu rudimentär. Also wir hatten dann zwar irgendwie den kurzen Auftritt von Werner Herzog und von Nick Nolte. Nick Nolte hat auch eigentlich eine gute Rolle. Werner Herzog ist aber, das kann man schon mal sagen, ziemlich verschenkt eigentlich. Na ja, komm, es gibt Werner Herzog in Star Wars. Das ist halt schon, also, Ja, aber er hat halt nichts zu tun. Die haben alles gesehen jetzt quasi. Er hat so eine unglaubliche Präsenz. Es hätte mir eigentlich gefallen, wenn man ihn zum Hauptschurken gemacht hätte, anstelle von Giancarlo Esposito am Ende. Also hätte man ihm irgendwie die Rolle von Moff Gideon gegeben, quasi hätten die beiden getauscht. Das hätte mir am Ende fast noch besser gefallen, weil ich hätte doch gern mehr von Werner Herzog gesehen. Ja, aber ich hätte auf einer Seite lieber noch mehr von, also Giancarlo Esposito kam mir dann viel zu spät. Der hätte viel eher eingeführt werden müssen oder schon angedeutet werden müssen. Vielleicht hätten sie die ersten Folge schon aufbauen können, sodass er dann in der zweiten, äh, in der achten dann endlich auftaucht. Oder vielleicht auch schon ein bisschen eher. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn Manni, ja, diesen, äh, Moff Gideon sucht. Ja. Und ihn nicht findet und dann erstmal lecker Hühnchen essen geht bei Los Pollos Hermanos und dann feststellt, dass der Kellner eigentlich dieser Moff Gideon ist. Ja, es ist so, dass, ich denke schon, dass die sich den Moff Gideon für die zweite Staffel irgendwie aufsparen und ihn dann eben als Hauptantagonisten. Ja, das wurde jetzt schon berichtet, ja. Die zweite Staffel kommt ja, also dieses Jahr, Ende dieses Jahres wahrscheinlich natürlich auf, natürlich auf dieses D+. September. September, genau, danke. Und da wurde schon gesagt, dass diesmal der Gideon eine weitaus größere Rolle haben wird. Mit einem ganz besonderen Fanservice-Moment, den ich nicht ganz durchschaut habe, weil ich, wie gesagt, die animierten Serien nicht so sehr gucke. Aber für alle, die ja, wir haben ja schon eine Spoiler-Warnung rausgehauen, für alle, die die Serie schon komplett gesehen haben, äh, Dom, kannst du etwas sagen zu dem Darksaber, das Moff Gideon am Ende da hat? Ja, das ist eine direkte Anleihe aus der Clone Wars Serie tatsächlich. Da wird ja der Planet Mandalore, gezeigt, wo ja die Mandalorianer ursprünglich herkommen, also diese, diese Kriegerkultur. Und, äh, da tauchte das auch schon auf, ich glaube, bei irgendeinem, äh, Vorsitzenden, der sich dann als Teil dieser Terror-Einhard Deathwatch entpuppte, der die Herzogin Satin dann entmachten wollte in Clone Wars. Und, äh, der sagt dann auch, dass dieses Schwert ursprünglich sogar aus dem Jedi-Tempel stammt und vor Urzeiten schon gestohlen wurde. Und es sieht halt wirklich, also in der Clone Wars Serie sah es schon geil aus, aber hier war es jetzt halt dann in Live-Action und meine Fresse, sieht dieses Schwert geil aus. Oh ja. So macht man Fanservice richtig, ganz genau. Ja. Was ich halt auch schade fand, also Werner Herzog weckt ja am Anfang auch direkt mal so falsche Erwartungen, der heuert der Mann nie an, weil er angeblich der härteste Killer der Galaxis ist. Und dann denkst du ja, oh, wenn Werner Herzog den anheuert, der muss ja richtig böse sein. Aber dieses Böse von Mando, das siehst du ja so richtig erst in Folge 6. Dom hat's ja schon gesagt, das erinnert an Alien 4 und sein Auftauchen in der Folge erinnert oft auch an Alien 4. Also das sind Momente, die sind fast eins zu eins kopiert, wie er sich dann von oben abseilt und dann Leute so von hinterrücks umbringt. Das hätte auch aus Alien sein können. Wobei ich auch da wieder seinen zu schnellen Sinneswandel damit erklären kann, dass die Mandalorianer ja nun mal einen Ehrenkodex haben. Man erfährt ja dann sehr viel über den Kodex auch zum Ende hin, wenn ja dann die Weichen für die zweite Staffel gelegt werden. Dass ja dann das Oberhaupt der Mandalorianer zu ihm sagt, er hat dein Leben gerettet. Nun, dann bist du jetzt für ihn verantwortlich und musst eben seine Heimat finden und ihn dorthin zurückbringen. Und das zeigt doch schon, dass die Mandalorianer, wenn sie so einen Kodex haben, nicht alle so gewissenlose Bastarde sein können. Das passt jetzt nun nicht direkt zusammen mit dem berühmtesten aller dieser Gattung, nämlich Boba Fett. Aber gut, was weiß man schon wirklich genau über Boba Fett? Gar nichts. Richtig. Also wenn man die Serien oder das Expanded Universe jetzt nicht kennt, dann weiß man gar nichts über Boba Fett. Ich fand die Mandalorianer in der zweiten Folge war das, glaube ich, auch so ein bisschen unentschlossen. Erst haben sie denen so vor den Kopf gestoßen und gesagt, ja, es ist jetzt deine Sache. Aber dann am Schluss, wenn es brenzlig wird, kamen sie dann auf einmal doch alle aus ihren Ecken an. Das war halt auch so ein Ex-Machina-Winkelzug des Drehbuches. Also, das ist, ah, diese Drehbücher, die sind einfach so Setzkasten. Warte mal kurz, Deus Ex-Machina in Star Wars? Nein! Ja, ich weiß auch. Ja, seit Episode 9 denkt man da anders drüber. Irgendwo atmet es schon den originalen Star-Wars-Guide. Ja, ich kann das, was du da sagst, absolut verstehen. Aber es ist doch, es reiht sich doch so ziemlich gut in die Saga ein. Das kann man irgendwo nicht läuft. Ja, aber es wirkt dann ... Vor allem reiht es sich in diese Videogame-Dramatik von Episode 9 ein. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, ich weiß nicht, ich finde auch tatsächlich, es macht keinen Sinn mit den Mandalorianern, weil die stehen so hart zu ihrem Kodex und Mando hat ihn bewusst verletzt und sich dazu entschieden, bewusst dagegen zu verstoßen, indem er halt das Kind wieder mitgenommen hat, dann im Verlauf dieser dritten Folge, nicht der zweiten. und weiß ich nicht, warum sie da nicht einfach gesagt haben, ja, Gott, ey, der hat sein Schicksal besiegelt. Shit happens. Also, das ergibt keinen Sinn, dass sie ihm da helfen. Warum sie für ihn da in die Bresche springen und vor allem auch noch selber riskieren, aus der Deckung zu kommen, wo sie ja irgendwie Ewigkeiten, nachdem Mandalore vernichtet wurde vom Imperium, was man in Clone Wars auch sieht, äh, also, dass sie das da alles für aufgeben, für einen einzigen Pillermann von denen. Also, das macht keinen Sinn. Ja, womöglich haben sie halt einfach auch gedacht, also, wir kuschen jetzt nicht nochmal vor einer Splittergruppe des Imperiums, wenn es das eigentliche Imperium ja so gesehen gar nicht mehr gibt. Aber ja. Ich glaube, die Antwort ist viel profaner. Baby Yoda ist halt einfach so süß. Oh ja. Das ist etwas, das ist wirklich ein Phänomen, das komplett aus dem Nichts gekommen ist. Denn das ist ja nun mal nicht das allererste Mal, dass man versucht hat, etwas Cutesy-Wutziges bei Star Wars zu etablieren. Ja. Das fing an bei Rückkehr der Jedi-Ritter mit den Ewoks. Die sind bis zum heutigen Tag sehr umstritten. Dann hattest du die Porks in The Last Jedi. Die mochte nun wirklich gar keiner. Ich mochte die. Doch, ich mochte die auch. Ich nicht. Ich glaube, die meisten Leute haben gejubelt, als Chewbacca einen von denen gebraten hat irgendwo auf dem Feuer. Aber er hat den dann noch nicht gegessen. Ja. Das macht auch total Sinn. Der ist zwar tot, aber ich esse jetzt doch nicht. Ja. Und dann kommt Baby Yoda aus dem Nichts und wird so neben der neu entfachten Liebe für Keanu Reeves das Medienphänomen 2019. Ja, ja. Oh, ich seh's schon. John Wick 4 mit Keanu Reeves und Baby Yoda. Ja, Keanu Reeves gibt eine Gastrolle in Mandalorian, ne? Ja, als Yodas Vater. Ach, ich fänd's halt auch lustig, wie sich hier die Geschichte wiederholt hat. Am Anfang erst mal nicht damit rechnen konnte, dass daraus ein Phänomen wurde. Haben sie auch mit der Spielzeugproduktion so ein bisschen fahrlässig gehandelt und mussten das erst mal nachproduzieren. Viele Kinder haben dann zu Weihnachten so eine Geschenkbox bekommen, wo dann drin stand, ja, ihr kriegt die Figuren, sobald sie hergestellt wurden. Ja, und da gab es sogar Artikel im Internet, wo dann stand, Disney verliert Millionengeschäft, weil sie nicht rechtzeitig Baby Yoda-Figuren für das Weihnachtsgeschäft an den Start gebracht haben. Oh Gott, ich kapiere das einfach nicht. Bei einem Megakonzern wie Disney, wie kann das passieren? Ich meine ganz ehrlich, den Hype, den riechst du ja auf zig Trilliarden Kilometer. Du musst dann überlegen, es war das Weihnachtsgeschäft Frozen lief. Ja! Wahrscheinlich lief doch irgendein Marvel-Film und die haben es nicht gebacken bekommen, da irgendwie eine Baby oder Figur rechtzeitig herzustellen. Das war schon so fucking lustig. Wobei man ja auch sagen muss, gut, es sind die ein paar Millionen durch den Lappen gegangen, aber Disney hat 2019 über 13 Milliarden eingespielt, also sie werden zwar kraftvoll. Ja, aber weißt du, Star Wars, der König, der König, der Begründer des Merchandise. Mir hat einfach der Ton dieser Berichterstattung ihn fand ich so lächerlich, weil das wirklich so rüberkam, dass Disney jetzt ernsthaft darunter leiden würde, dass sie Yodas Popularität nicht dementsprechend nutzen konnten. Das klang wirklich so, als würde Disney jetzt deswegen kurz davorstehen, Insolvenz anmelden zu müssen. Ja, das ist albern, aber das tut denen schon weh. Das glaubt mal, das tut denen schon weh. Aber das nehmen sie dann halt von den Kinobetreibern ein, was sie da in Verlust gemacht haben. Da mache ich mir keine Sorgen. Zur Not halt, wenn jetzt im Herbst die zweite Staffel kommt, dann kriegt halt Baby Yoda noch eine größere Rolle und wird halt noch süßer und dann wirst du mit dem Merch zugebombt. Ich muss gestehen, ich fand's ganz angenehm. Also ich muss sagen, irgendwann hatte ich von Baby Yoda auch die Schnauze voll. Ja, also ich konnte irgendwann, hatte ich gedacht, wie oft muss ich jetzt noch, oder wie weit muss ich noch scrollen bei Facebook, damit mir keiner Baby Yoda zeigt. Ich meine, es gab ja Leute, die haben irgendwie Baby Yoda Cocktails gemacht, selbstgemachte Baby Yoda Mütze, T-Shirts und, und, und ich dachte, ich finde den hier auch süß, aber mein Gott. Der ist ja auch süß. Ich fand das halt bei uns in der Gruppe dann auch so herrlich Meter als dann über Mandalorian-Spoiler und dann malte einer in der Gruppe aber hoffentlich nicht die Baby Yoda-Sache. Das war so herrlich Meter. Ja, das ist die interessante Frage mit wo führt das hin? Weil, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir diesen Moment, wo der Mandalorian gesagt bekommt, du musst das Baby zurück zu seinem Heimatplaneten und seiner Familie bringen und dort abgehen. Ja, oh holl. Das ist die Frage. Wird dieser Storyline in der zweiten Staffel komplett aufgelöst und ist das von jetzt an der ganze Rahmen der Serie für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, was weiß ich, wie lange das noch laufen wird? Der Mandalorian reist durch die Galaxis und wird Baby Yoda erst in der allerletzten Folge dann auf seinem Heimatplaneten abgeben. Was glaubt ihr, was glaubt ihr, wird das hier? Ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich in der zweiten Staffel diesen Planeten zeigen mit ganz, ganz vielen süßen Baby-Yodas noch mehr. Oh. Ja. Dann kotze ich. Was mir nur zu denken gibt, das erste Mal, dass wir zum Beispiel eine andere bekannte Figur aus Star Wars die Familie kennengelernt haben, war die Familie von Chewbacca im Holiday Special. Ich hoffe jetzt nicht. Ja? Also, es wäre machbar, ein Baby-Yoda-Holiday-Special zu machen, halt geschmackvoller, ohne halt, weißt du schon, Virtual Reality-Sex und was man da alles hatte in dem Holiday-Special. Ja, aber stell dir mal vor, da kommt da Papa Yoda und sagt so, ah, du bist hier zu Hause. Ja, warte, der Papa muss hier das noch zu Ende gucken. So, Mädchen, zieh dich aus. So alles Carrie Fisher wird nicht mehr singen. Ja. Was ich aber total interessant finde bei diesem ganzen Baby-Yoda-Ding ist, wie sehr das alles auf dieses Yoda hinausläuft, diesen Baby-Yoda. Du konnt, also, niemand hat wirklich über die Serie an sich geredet, über warum geht's da, ja, was passiert da. Es ging nur um Baby-Yoda. Das fand ich schon krass. Ja, aber da siehst du halt auch wieder, wie wenig dann eigentlich auch die Serie so, jetzt sag ich mal, wirklich so an, ich weiß nicht, mir ist die auch teilweise erzählerisch, echt zu dünn und du merkst auch wirklich, also, du kannst die Popkulturphänomene, die diese Serie losgetreten hat, wirklich runterbrechen auf Baby-Yoda, ja, und dann diese zwei Sätze, an denen sich alle festhalten. Ja. Das ist der Weg und Ich habe gesprochen. Und Ich habe gesprochen. Und daran merkst du halt wirklich, wie leer diese Dialoge sind. Da ist nichts Ikonisches. Gibt's da eigentlich schon eine App für Was ist der Weg? Ich habe gesprochen. Wobei, das heutzutage würde ich sagen, das ist die Internetkultur im Allgemeinen. Ja. Woraus entstehen Memes? Die bestehen aus irgendwelchen kleinen Details, an denen sich Leute dann irgendwie hochziehen und gar nicht eben auf Plots an sich eingehen. Wie viele Memes hat es gehagelt, als sich herausstellte, dass Daenerys Targaryen eigentlich Jon Snows Tante ist? Ich meine, das hat teilweise auch den Diskurs mehr beherrscht, als die eigentliche Story dieser Episode und das Ende dieser Staffel. Von daher wundert mich das nicht. Vergleich das mal mit dem Meme-Wahnsinn, der bei Game of Thrones geherrscht hat, wenn du morgens zu früh das Handy angeschalten hast, ohne auch nur die aktuelle Folge zu sehen. Du konntest in Facebook nicht reingehen und schon wurde dir alles zugememt. Ja, das ist doch schön dann in dem Falle, dass du einfach nur Baby-Yoda-Memes hast und keiner spoilert dem, was an sich passiert. Ein echtes Memenfeld, ja. Ja, weil es nichts zu Spoilern gab. Also, ich muss gerade ehrlich sagen, selbst wenn der Mandalorianer eine Geschichte hätte wie Hamlet, selbst dann, glaube ich, dass es trotzdem darauf hinausgelaufen wäre, dass alle nur über Baby-Yoda gesprochen hätten. Ja. Es ist einfach, es ist einfach unsere heutige Kultur, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht so, ich bin auch ein bisschen zwiegesprallen, was Baby-Yoda angeht. Also, ich finde den ja auch irgendwie, ja, ich finde den auch ganz putzig und das ist, es ist schön, dass sie wirklich eine Puppe haben, also das muss man auch nochmal betonen, das ist kein CGI, da können wir Werner Herzog tatsächlich verdanken, der sich dafür stark gemacht hat, dass sie eine Puppe nehmen. Das, das sieht man vor allem in der vierten Folge, wo sie da auf diesem Waldplaneten sind, was wir noch ein bisschen, wir müssen das noch ein bisschen weiter ausführen, da sieht man sogar richtig durch seine Ohren sieht man sogar das Lichtschein. Und das ist, das ist kein CGI, auf keinen Fall. Das ist sehr schön. Was mich auf der anderen Seite halt stört, also, ich bin jetzt nicht jemand, der bei allen möglichen Prequel-Sachen oder was auch immer direkt schreit, Endmystifizierung, aber an Yoda war halt immer so faszinierend, dass man halt nie wusste, wo kommt der eigentlich her? Man hat an dem gesamten Star-Wars-Universum, also, Hardcore-Fans mögen mich bitte korrigieren, ich bin jetzt auch nicht mega hart im Fandom drin oder in der Lore, aber soweit ich weiß, hat man nie Artgenossen von dem gesehen, noch nie. Doch, doch, ich glaube, in Episode 1 oder 2 gibt es andere Yodas, irgendwie Judel oder wie der Kreis. es gibt Jettel, Jadl, Jadl, oder Jettel. Ist das nicht der Film Babas Schweißen? Das ist Jentel. Also Jettel ist Teil des Rat der Jedis, wo natürlich dann auch das Internet die furchtbarsten Theorien aufgestellt hat und ich hoffe, ich hoffe, es wird nicht so platt sein, dass am Ende wirklich Baby Yoda der Sohn ist von Yoda und Jettel. Weil die Memes, die dann so explizit werden und dann Yoda und Jettel beim Geschlechtsverkehr zeigen, die will ich mir gar nicht vorstellen. Die Albträume sind vorprogrammiert. Das würde aber erklären, warum Yoda so abgeschieden auf Dagobah ist. Er wollte keine Child Support bezahlen müssen. Ich dachte ja früher immer, dass diese Yoda-Rasse eigentlich total normal ist. Ja, so klein und macht-sensitiv, aber so vom Sprechen her er relativ normal ist und dass nur Yoda so war. Ja, ja. Dass das alle tierisch abgefuckt hat und sie ihn deswegen gesagt haben, geh nur nach Dagobah. Vor allem, er kann ja nur mal sprechen. Er macht das ja nur, wie ich das jetzt noch im Kopf habe, er macht das in den alten Filmen auf jeden Fall nur, um halt seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Er kann eigentlich normal reden. Er ist halt so ein Meister Miyagi. Auch schon in den alten Filmen. Kleine Side-Note. Bei den Night of the Old Republic Games gab's ja auch noch die Yoda-Rasse. Also die war da auch bei den AD-Rad vertreten. Okay, aber gehen wir jetzt wirklich mal ... Ich weiß nicht, mich stört's halt auch, dass er halt wirklich auch so aussieht wie Yoda. Dass sein Gewand praktisch schon fast das eines Jedi ist, dass er machtsensitiv sein muss. Ich mein, gut, man hätte ja sagen können, es ist dieselbe Rasse, aber hätte man ihm vielleicht auch mal eine andere Farbe geben können oder so. Er sieht halt wirklich aus wie Yoda als Baby. Und das ist mir zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube halt einfach, dass ein Baby General Aqua nicht funktioniert hätte. Ja, vom Design her. Baby Jabba gab's ja bei den Clone Wars. Nee, darum geht's ja nicht. Aber muss er wirklich aussehen wie Yoda als Baby? Also wirklich lupen rein. Ja, der Plan ist wahrscheinlich von Anfang an gewesen. Über welche Rasse wissen wir am wenigsten? Über Yodas Rasse. Da haben wir noch nicht mal einen Namen. Also füllen wir dieses Baby ein und der Weg dorthin soll dann eben diese Lücke im Fandom schließen oder im Lore schließen, dass wir dann eben alles über diese Rasse erfahren. Aber wieso gibt Mando ihm dann noch nicht mal einen Namen? Ja, weil Mando selber keinen Namen hat. Doch hat er den. Doch, Manni. Din Djarin. Den erfährt man doch in der letzten Folge. Weiß ich gar nicht mehr. Wie fandet ihr es eigentlich, dass es eine Szene gab, wo man halt wirklich gesehen hat, dass es Petro Pascal ist? Weil ich muss ja auch gestehen, ich hatte manchmal das Gefühl so, ganz ehrlich, das kann ja auch ein Sandman sein, die Hälfte der Zeit. Eigentlich ist es... War es ja auch. Eigentlich ein total überkühmer Job. Ja, das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Wie oft war der eigentlich am Set und wie viel Zeit hat der nur im Synchronstudio verbracht? Wahrscheinlich mehr das. Also bei der vierten Episode soll es tatsächlich jemand anders gewesen sein. Beim Essen, ja. Und das ist sogar die Episode, wo er zumindest... Also man sieht es nicht, aber da zieht er auch schon einmal den Helm ab. In einer Hütte. Für den, dass dann wirklich jeder sehen kann, er steht da am Fenster in dieser Hütte und isst und hat den Helm ab, aber dann in der letzten Folge sagt er zu dieser IG-Einheit, nein, es ist gegen den Kodex, wenn Lebewesen mich ohne den Helm sehen. Ich glaube, ein paar dieser Dorfbewohner haben dich da ohne den Helm gesehen. Kann das sein? Ja. Ja, das ist eh. Aber ich glaube, wir fangen jetzt auch wirklich mal an, über die einzelnen Figuren zu sprechen, wobei da jetzt auch gar nicht so viel ist. Also ich muss gestehen, dass mir diese Gina Carano eigentlich noch ganz gut gefallen hat. Der großartige Carl Weathers. Ich mag Gina Carano. Ich mag Gina Carano ganz gerne, deswegen ja. Ja, Carl Weathers fand ich auch gut. Ich finde es auch schön, dass er jetzt in der zweiten Staffel auch Regie führen darf. Ja, Werner Herzog haben, glaube ich, alle schon drüber gesagt. Es war irgendwie ganz putzig, ihn zu sehen. Ich meine, Werner Herzog im Englischen ist halt immer eine Sensation. Ja, der kann nicht anders als diabolisch zu klingen. Das ist ein Fest immer. Wobei sie ihm leider nicht gestattet haben, sich im Deutschen selber zu synchronisieren. Richtig, das fand ich so furchtbar. Wo seine Stimme nicht schlecht war. Ja, aber ich kann nur auf seine Rolle im ersten Jack Reacher verweisen, wo er sich selbst synchronisiert hat. Das ist köstlich. Das ist wie eine Parodie auf einen 60er-Jahre Bond-Böse. Ja, das, also, Werner Herzog hätte, der wurde halt irgendwie schon so aufgebaut, ne, und von wegen, oh, Werner Herzog ist in der Mandalorianer-Serie und dann machen sie am Ende nix aus ihm. Er ist eigentlich nur, der eigentlich, Werner Herzog ist eigentlich so eine Figur wie, wie Silvian Murphy in Batman Begins. Oh. So ein Strohmann eigentlich, der am Ende keine Bedeutung hat. Ich würde Scarecrow für die Trilogie ein bisschen mehr Bedeutung geben, aber, ja, kann man, kann man geben. Er kommt ja auch wieder. Ja, aber er hat ja dann nur noch Cameos. Ja. Ja, wen hätten wir noch? Also, Karl Weathers hat mir auch durchaus gefallen. Der hatte auch eine gewisse Ambivalenz als Figur und hatte durchaus natürlich dann auch sowas Väterliches, ne, zum einen für Mando, Money, ne, und, ja, und Nick Nolte natürlich auch, der hier irgendwie zur Unkenntlichkeit kleinwüchsig gemacht wurde, aber durchaus keine schlechte Rolle hat. Nur, ja, ich weiß nicht, das ist auch das, was mich so genervt hat irgendwann an der Serie und was dann in der sechsten Folge, also, da hat man halt ganz genau gemerkt, dass Jon Favreau da nicht am Werk war, weil da war eigentlich mal so dieses, dieses Bedeutungsschwangere, das ist der Weg und, oh, ich habe gesprochen und jedes Mal, wenn Mando irgendwas macht, kommt diese, diese Musik, die auch förmlich aus, weiß ich nicht, in einem alten Western stammen könnte. Oh, wir haben auch gar nicht über die Musik gesprochen, aber die Musik möchte ich jetzt mal sehr hervorheben. Ludwig Göransson. Göransson. Göransson, ja, der machte schon die Musik für Creed und gewann ja auch zuletzt einen Oscar für die Musik für Black Panther. Genau. Ich finde, der hat hier einen hervorragenden Job gemacht und auch wirklich frischen Wind so in das Musik einerlei von Star Wars gebracht. Ich habe mir das Theme schon sehr, sehr oft auch so gerne angehört, auch in verschiedenen Versionen, es gibt ja mittlerweile E-Gitarren-Cover und so weiter auf YouTube davon. Das Theme finde ich große Klasse, das ist so ein Theme, das ist einfach on point, es beschreibt die Atmosphäre und den Charakterperfekt. Und ich möchte nochmal lobend erwähnen Greg Frazier, der Kameramann, der ja schon bei Rogue One die Kamera führte und ich fand, also von den Bildern her ist das auch eine gute Serie, finde ich. Und auch, was das Production Value angeht, das sieht schon alles echt gut aus, kann man nicht meckern, finde ich. Ja, du hast auch keinen CGI-Effekt, der jetzt irgendwie schlecht aussieht und es ist auch viel Hand gemacht, wobei wir dann auch wieder bei einem Problem wären bei der Serie, ich finde die, also optisch sieht das alles toll aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Locations teilweise unglaublich einfallslos. Also habe ich ja, habe ich ja schon vorher gesagt, wir haben halt wirklich, wir haben einen Wüstenplaneten, wir haben einen Waldplaneten und dann irgendwas mit Lava. Oh, und das kommt uns alles gar nicht, gar nicht bekannt vor und hatte ich ja auch schon gesagt, die Planeten haben teilweise wirklich keinen Namen, als ob es, als ob es keinen irgendwie interessieren würde von wegen, ja, Wüstenplanet, ja, das muss Tatooine sein. Das, das ist so, so, also dadurch wirkt dieses Universum irgendwie auch nicht sonderlich lebendig für mich und was mich auch stört, dass, also klar, es gibt dann auch mal irgendwie Charaktere, die dann halt Aliens sind, halt irgendwie Nick Nolte oder so, aber wenn ich mir so manche Szenen angucke, mir laufen da viel zu viele menschliche Charaktere rum. Ja, wobei die Auswahl der Locations schon auch was mit den Referenzen oder beziehungsweise den Vorbildern zu tun haben könnte. Du hast eben diesen Spaghetti Western Style und dementsprechend soll das eben auch karg und trostlos aussehen, wie es in Western aber irgendwann reicht das aber auch. Ja, gut, diese erste Staffel hat für mich halt so diese Herangehensweise gehabt, wir schmeißen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Vielleicht gibt es eine klarere künstlerische Vision in der in der zweiten Staffel und dann kann man auch ein bisschen verrückter sein mit den Welten. So habe ich halt auch geglaubt, um diesen Grounded Look herzustellen, war das mit Absicht ein bisschen trist, aber es stimmt, auf Dauer war es halt, ja, farblos. Vor allem ist es halt einfach schade, ich meine, ich kenne, ja gut, ich meine, in der Clone Wars Serie kannst du halt alles animieren, ne, das ist schon klar, aber die haben da halt auch wirklich schöne Ideen für Planeten gehabt und hier ist halt wieder so, dass, das wirkt einfach so altbacken und da kann ich mich auch wirklich, Patrick, anschließen, diese Serie, die könnte auch aus den 90ern stammen. Die, die ist irgendwie, also zieh das gute CGI ab und so, dann hast du wirklich eine Szene aus den 90ern, die, die halt irgendwie direkt nach, nach Episode 6 kam. So wirkt das auf mich. Vor allem, du wärmst dir in der Serie nur altbekannte Tropes auf, du hast hier auch mal wieder den bösen, durchgeknallten Droiden mit G11. Ja. Du hast wirklich so gar keinen neuen Impulse, obwohl du ein Western-Setting hast und ich hab mir wirklich auch gewünscht, ja, zeig mal neue Planeten, die hast du alle gesehen. Sogar Star Wars Episode 8 so oft ich drauf eingetroschen hab, aber der hat neue Planeten gezeigt. Ja, und vor allem, also ich mein klar mit nem, ja gut, kann man das Fernsehbudget nennen, ich mein, die hatten hier glaub ich 100 Millionen für die erste Staffel. Genau. Und jetzt mal so zur Demonstration, das ist teurer als jede Staffel Game of Thrones gewesen. Auch die letzte, die extrem aufwendig war. Das kann ich ja als, als großer Fan von Game of Thrones sagen. Und, also klar, das sieht hier alles wertig aus, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich find die Settings einfach wirklich langweilig. und vor allem wirkt auch dieses Universum unglaublich klein in der Serie. Also jeder Planet ist anscheinend irgendwie neben dem anderen. Man muss irgendwie keine, ich mein gut, dass die großartige Entfernung gab es nie, weil die halt immer irgendwie den Hyperraum haben. Ja, aber das ist ne Kritik, die kannst du an diesem ganzen Universum anbringen. Immer die Wahrscheinlichkeiten, welche Figuren sich über den Weg laufen. Das ist ein Kritikpunkt, den kannst du nicht exklusiv auf Mando anwenden. Das war schon immer seltsam, auch in den Filmen. Nee, nee, so mein ich das nicht, aber es fühlt sich, hier ist es halt gar nicht mehr so lächerlich mit Verwandtschaftsverhältnissen wie jetzt zum Beispiel in der Skywalker-Saga selber, aber das wirkt einfach alles so klein auf mich. Und das passt halt überhaupt nicht zu Star Wars, wo du halt irgendwie die großen Weiten des Universums hast und trotzdem, oh ja, Wüstenplanet, Wüstenplanet, Waldplanet, Sandplanet, Oh, Wüstenplanet. Ja, da hast du halt aber eben, da ist eben wieder das Konzept, was dazu kommt. Es soll dieses Mal, man könnte gigantische Welten zeigen, nur Story-mäßig ist das Ganze minimalistisch, also muss es wohl eben auch Location-mäßig minimalistisch sein. Es geht ja eben nur um diese einfache kleine Geschichte dieses Mannes und seine Reise. Es geht mal nicht um das Schicksal der ganzen Galaxis wie in der Skywalker-Saga. Ah, abwarten, was da in Staffel 2 kommt. Die haben ja schon angeteast, dass in Staffel 2 ein paar Charaktere aus der Skywalker-Saga auftauschen werden. Ja, aber das werden wahrscheinlich nur Karten. Ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass die hier inhaltlich jetzt die ganz großen Tore aufstoßen, dazu wird es nicht kommen. Es ist, ich hätte mir auch ehrlich gesagt mehr, also es wird, ja, an manchen Stellen wird auch mal irgendwie auf die Neue Republik verwiesen von wegen, oh, da kommen jetzt irgendwie X-Flügler an und so, na, so X-Wings. Ja, das waren halt so ganz nette Verweise. Also ich fand es auch tatsächlich schön, die Serie hat sich tatsächlich getraut, an einigen Stellen auch die Prequels zu zitieren. Oh ja. Also an einer Stelle wird sich ja sogar offen über Jar Jar Binks lustig gemacht und Canto Bight wird sogar erwähnt aus Episode 8. Und diese Viecher, auf denen sie oft reiten, diese Piranha-ähnlichen Reitviecher, die waren aus den EWOG-Filmen. Oh, wusste ich gar nicht. Ja. Und auch aus der Clone Wars-Serie, da gab es ja auch, da sind die auf dem Planeten Ryloth, diese Twi'leks damit geritten. Twi'lek, der können wir auch noch kurz, ja, ich weiß nicht, wir haben auch nicht allzu viele Alien-Rassen hier, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass in der ersten Folge, da tritt ja ein Alien auf halt dieser Häftling, den er da überführen soll und man muss sagen, also das Make-up sah irgendwie echt ein bisschen billig aus. Es sah aus nach Star Trek, ein Schicksal-Star-Programm. Ja, Star Trek so aus den 80ern irgendwie auch. Und ich weiß nicht, also Christopher, ich verstehe schon da Argumentation, aber ich kann halt dann irgendwie auch nicht alles mit diesem Retro-Feeling entschuldigen. Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, ich finde auch, dass der Plot tatsächlich ich finde den teilweise auch echt ein bisschen schwerfällig, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, halt wieder diese zweite Folge, wo wir halt wirklich eine halbe Stunde darauf investieren, dass er mit den dämlichen Jawas verhandelt und sein Schiff repariert. Das ist mir einfach zu wenig. Ja, ist klar, es war sehr schwach auf der Brust da, nur es gibt halt da in der zweiten Folge gerade dann eben Action-Momente, die mir eben so gefallen haben, dass ich das in Kauf nehmen konnte. Ich mochte seine Attacke auf den Sandcrawler, ich mochte seinen Kampf gegen das große Monstrum am Ende. Und das erinnert schon wieder so an Games, dieser große Endboss. Ja, ja. Und dann eben dann auch das erste Mal, als Baby Yoda die Macht anwendete, war ein cooler Moment. Ich kann die narrativen Schwächen alle auch sehen. Ich kann verstehen, dass man damit Probleme hat, nur liegt es irgendwie an meiner gesenkten Erwartungshaltung an Star Wars im Allgemeinen oder dass man irgendwie auch schnell an die Grenzen von dem stößt, was Star Wars erzählerisch machen kann oder nicht. Weil viele Leute haben schon oft die Meinung geäußert, man hätte Star Wars von Anfang an eigentlich nie wirklich zu einem Cinematic Universe ausbauen können, weil die vielen Planeten und Alien-Rassen lassen es auf den ersten Blick so wirken. Aber was die Geschichte betrifft, kommt man ja doch irgendwie am Ende immer zurück zu Rebellion, Imperium und so weiter. Von daher steht da die Frage im Raum, stößt die Serie an die erzählerischen Grenzen des ganzen Universums an sich oder sind es wirklich Fehler, die die Serie für sich alleine hat. Nur inhaltlich habe ich einfach so gesehen nicht viel erwartet und wie es du schon gesagt hat, die Kürze der Folgen, die haben es auch einfach zu einem angenehmen Watch gemacht. Ja, gut, das stimmt natürlich, also kurzweilig ist das Ganze schon, also es wird eigentlich auch immer straight durch erzählt und ja, so dieses Fall der Woche Schema, das ist halt komisch, dass die Serie, das finde ich auch so seltsam, dass irgendwelche meinen, ja, das sind ja so abgeschlossene Kurzgeschichten, aber so habe ich das nie empfunden, das ist schon irgendwo nur eine Handlung, nur weiß die teilweise nicht so wirklich, wie sie sich jetzt erzählen soll, deshalb haben wir auch diesen Umschwung ab Folge 4, dann irgendwie so bis 6, 7, haben wir eben den Umschwung so zum, ja, wirklich so Fall der Woche Prinzip, ne? Ja, genau das meinte ich ja auch, dass du hast diesen Überbau mit Baby Yoda und Mandos Flucht vor den anderen Kopfgeldjägern, aber dieser Überbau tritt in der Mitte etwas zu sehr in den Hintergrund und es wirkt tatsächlich wie eine Serie mit abgeschlossenen Episoden. Es ist gewollt, aber es ist handwerklich nicht richtig gekonnt. Ja, wie jetzt du es ausgedrückt, das erinnerte ihn ans A-Team. Oder? Ja, passt ja wunderbar zum Retro-80er-Flair irgendwie auch, ne? Aber da sind wir halt dann auch wieder so bei meinem Problem, was ich halt grundsätzlich auch mit Star Wars unter Disney habe, ist halt dieses, ich weiß nicht, es ist halt, ich hab auch den Eindruck, dass das irgendwie auch Mutlosigkeit ist hier mit den Planeten, so von wegen so, ja, das soll sich halt wieder alles anfühlen wie in den 80ern und es darf sich nie verändern, weil es soll sich anfühlen in den 80ern und die Fans, die sollen sich halt einen drauf rubbeln wie in den 80ern, das ist, irgendwann reicht mir das einfach, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit dieser Retromanie dann einfach irgendwann durch bin. So nette kleine Anspielungen, die können sein, aber mein Gott, ey, man kann doch wirklich mehr erzählen als wirklich die immer gleichen Tropen. Ja. Daran dürfte aber auch der Misserfolg von Episode 8 schuld sein, da haben die sich mal was Neues getraut und die haben da so auf den Sack bekommen, dass die sich mal wirklich nicht mehr trauen, irgendwie auch nur ansatzweise was Neues zu bringen, das ist ... Wobei man ja sagen muss, dass Episode 8 immer noch sehr erfolgreich war und es wie so oft war, klar, es gab so eine Art Shitstorm, aber man darf halt nicht vergessen, dass die Leute, die den Film mochten, halt nicht bei Splitter Amok gelaufen sind. Ja, jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier nun mal in dem Tropen-Remix-Franchise schlechthin, wie wir eingangs erwähnt haben, eben die ganzen Inspirationen, die Lucas hatte, die Inspirationen, die Favreau beim Schreiben so übernommen hat. Star Wars ist ja an sich ja schon der Remix eines Remix eines Remix. Es ist ja schon immer schon wieder gekäute Ideen gewesen. Sogar die Laufschrift ist von Kurosawa kopiert. Ja, ich kann verstehen, dass man da inhaltlich seine Probleme hatte. Mich hat es insgesamt jetzt nicht so gestört, aber es ist auch so als Konzept zu wenig, um jahrelang begeistern zu können. Da würde ich mich anschließen. Für eine erste Staffel hat es gereicht. In der zweiten Staffel kann man das nicht einfach endlos wiederholen, weil wir haben ja jetzt alles gesehen. Wir hatten Spaghetti-Western, wir hatten die sieben Samurai in der vierten Episode mit dem Dorf, wir hatten eigentlich jetzt alles an alten Inspirationen Ost und West hier da drin vereint. Das kann man nicht schon wiederbringen, weil jetzt sind all diese alten Filme durchgenudelt. Ich habe halt auch eine gewisse Theorie, wer einen Cameo haben könnte, das wird auch zu dieser Mando oder Manni-Dramatik passen, dass dann irgendwann vielleicht Boba Fett aus seinem Loch rausgekrochen kommt und Manni über den Weg läuft. Das ist der große Ast, das die im Ärmel haben und das die auch irgendwann bringen werden, garantiert. Weil die wissen, das wird Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit ohne Ende verursachen. Und dann verchecken sie es wieder, rechtzeitig Boba Fett-Merch herzustellen. Natürlich. Das gibt es ja schon glücklicherweise. Wobei ich sehr dankbar war, wobei ich sehr dankbar war, als die Serie angekündigt wurde und auch als sie gestartet ist, gab es ja immer auch Leute so, das ist Boba Fett. Das ist Boba Fett. Und ich fand es sehr schön, dass sie wirklich mehr als deutlich gemacht haben, das ist nicht Boba Fett. Ja, ich muss sagen, ich mag das ja auch ganz gerne, dass, also Boba Fett, das ist ja, für die, die es jetzt noch nicht wissen, Boba Fett ist schon in Episode 5 und sogar schon im Holiday Special, worauf sogar die Serie auch anspielt. Die Szene da auf dem Eisplaneten am Anfang, ja gut, Eis habe ich vergessen als Element. Die spielt, die spielt direkt aufs Holiday Special an und ist nicht so, dass ich die Figur nicht mag, den, den Mandalorianer und ich mag es auch, dass er, dass er jetzt nicht Boba Fett ist, auch, dass er so wortkarg ist. Er ist eben halt angelehnt an Clint Eastwood aus den alten Dollar Filmen, das war ja auch schon Boba Fett, ne? Also konnte man ja sehen, dass Boba Fett zum Beispiel auch einen Poncho trägt in Episode 6 in Jabba's Palast und das mag ich durchaus, aber ich finde, dass mit der Figur selber dann irgendwie eigentlich nichts Großartiges passiert. Das, das ist, da werden wir halt wieder so diesen, die Charakterentwicklung ist abgeschlossen, bevor sie überhaupt sich, sich ereignen konnte oder über mehrere Folgen irgendwie erstrecken konnte und da sehe ich dann auch tatsächlich so den Daumen von Disney, weil wenn ich jetzt überlegen müsste, woran mich Mando erinnert, dann fällt mir tatsächlich immer Will Smith in Suicide Squad ein, wo auch immer, wo auch immer behauptet wird, dass er ja total der eiskalte, krasse Killer ist und dann gibt er sich aber erstaunlich schnell sehr moralisch innerhalb dieser Gruppe, die er dann anführt und das passt überhaupt nicht. Lustigerweise ist das auch so eine Rolle, die Will Smith spielen könnte. Ja. Ja, es ist die Art von Protagonist, der nur dafür da ist, dich an die Hand zu nehmen und da durchzuführen, aber der nicht wirklich dafür da ist, um zu wachsen und sich zu verändern. Ja, aber auf der anderen Seite wollen sie dann irgendwie doch eine Charaktergeschichte mit ihm erzählen, ne? Das, also sonst würden sie ja nicht diese pathetischen Rückblenden geben, die ich persönlich, ja, ich weiß nicht, das wirkt halt so, ach ja, noch ein tragisches Schicksal. Das ist halt wieder so dieses Baukastendrehbuch, ne? Ja, es ist halt, man hat eben jetzt seine Vergangenheit aufgearbeitet und das ist auch wieder eine interessante Frage für Staffel 2. Was hat er dann für eine Ark und wo setzt man da an? Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Ark für ihn haben. Ja gut, es kann natürlich sein, dass er sich jetzt in diese Vaterrolle zu sehr reinsteigert und Baby Yoda am Ende einfach nicht abgeben will, auch wenn er den Planeten findet. Das wäre so das Naheliegendste. Ja. Aber da ist ja jetzt alles offen. Ja, ich bin auch, also ich werde es mir schon weiter angucken. Ich muss jetzt auch mal sagen, also ich weiß, ich habe jetzt relativ negativ über die Serie gesprochen. Ich finde die, ich finde die insgesamt auf keinen Fall schlecht und ich finde, da ist auch noch Potenzial, aber ich muss ganz klar sagen, mir kam die einfach irgendwie nicht, also erst kam die mir irgendwie nicht wirklich in die Gänge, dann findet die irgendwie nicht so wirklich in die Spur und dann kommt ein Finale, was zwar funktioniert und auch vielversprechend ist, aber es kommt irgendwie alles zu spät. Ich weiß nicht, das hätte man, also auch Giacali Esposito ist da für mich auch so, steht da für mich auch so sinnbildlich. Der kommt einfach zu spät. Generell hätte dieser Season ein Bösewicht generell gefehlt, also der die ganze Staffel irgendwie trägt und auch so ein bisschen was wie Bedrohung einfängt. Die Folgen, wo Mando auch was wie Bedrohung gespürt hat, das waren die interessantesten Folgen, die haben auch Spaß gemacht, die haben auch durchgehend unterhalten. Hätten sie dieses Tempo die ganze Zeit gehabt, wir würden nicht ganz so viel meckern, sondern würden sagen, ja, das ist eine wirklich kurzweilige Serie und mehr als kurzweil haben wir wirklich alle nicht erwartet. Ja, ich finde, wir haben es bekommen. Ich meine, was seinen Charakter betrifft, ja, wir haben nicht wirklich eine Ark, aber wir haben zumindest jemanden, der nicht so ein Badass ist, dass es eben langweilig wird. Er wird verletzt, er geht zu Boden, er steckt auch mal ein, er kann nicht alles. Er kann wirklich nicht alles. Und er ist auch sehr oft auf die Hilfe anderer Leute angewiesen, was ich einen schönen Zug finde. Er wird sogar von Jawas platt gemacht, also bitte. Eben, eben, von Jawas die mit Steinen werfen. Ich glaube, da wäre sogar Luke mit fertig geworden. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen möchtet sonst? Oder vielleicht von den, ja, von den Charakteren haben wir jetzt gar nicht so viel gesagt, aber da ist halt nicht allzu viel. Also mir fallen da höchstens diese Söldner ein aus der, aus der sechsten Folge, die ich tatsächlich ziemlich cool fand von der Dynamik. Und kleiner Funfact, da ist auch ein schönes Easter Egg einfach auch für Clone Wars Fans, denn einer von denen wird tatsächlich von demjenigen gespielt, der in der Clone Wars Serie Anakin Skywalker spricht. Und ich glaube, Dave Filoni hatte auch eine Gastrolle, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, Taika Waititi sprach den IG-Droiden. Sagen wir, sagen wir wie es ist. Sagen wir wie es ist. Es gibt zwei Figuren, die wichtig sind. Das ist Baby Yoda und das ist Money. Ja, mehr ist da eigentlich nicht. Alles andere ist aktuell, glaube ich, noch vernachlässigbar. Vernachlassbar. Vernachlässig. Vergiss, vergiss es. Ich bin durch. Obwohl da natürlich dann irgendwie auch schon was angedeutet wird. Also es gibt ja, die fand ich halt auch echt schwach, diese fünfte Folge da in der Wüste. Also wo er mit irgendeinem Sunnyboy Kopfgeldjäger da loszieht und eigentlich nichts erreicht. Wollen wir denn jetzt mal langsam zu einem Fazit kommen? Genau. Dann fange ich an mit der Punkteverwertung, mit der Punkteverwertung, richtig, mit der Vergabe der Punkte, mit den, Moment, wie hieß dieses Metall da, mit dem er seine Rüstung gemacht hat? Beskar? Ja, Beskar. Ja. Okay, gut. Ich vergebe 3,5 Beskar-Platten, weil es hat mir kurzweilige Unterhaltung gegeben und es ist im Geiste von Star Wars, vielleicht zeigt diese Serie damit auch unfreiwillig die kreative Sackgasse der Star Wars im Allgemeinen momentan steckt und dass man da dringend neue Wege gehen muss. Aber ich fand, es war ein solider Beginn. Ich bin gespannt auf Staffel 2 und da ist definitiv noch viel Luft nach oben, aber so hat es mir doch acht vergnügliche Stunden bereitet. This is the way. Ja, ich gebe 3 von 5 Beskar-Platten. Ich finde, der Schlüssel zum Erfolg für die Serie ist einfach acht Folgen a 30 Minuten grob gesagt. Das ist einfach in der Kürze so, dass man da viele Schwächen verzeiht. Es sieht aus wie Star Wars, manchmal fühlt es sich auch so ein bisschen an. Ich gehe relativ optimistisch an die zweite Staffel ran, muss aber sagen, für mich bleibt Star Wars immer noch die Kinofilme und ja, bin mal gespannt, welche Abenteuer Manni dann im Herbst erlebt. Patrick? Ich bin ähnlich wie es du, also mir hat es auch durchgehend Spaß gemacht, aber ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, ein bisschen mehr Story-Ark, ein bisschen mehr einen präsenten Bösewicht, der das Ganze auf- oder abrundet. Ja, ich vergebe auch drei von fünf Platten. Ja, dann bin ich noch am Zug, also ich klang jetzt hier im Cast relativ negativ, das weiß ich. Ich halte die Serie nicht für schlecht, aber für mich kommt sie eben wenig über dieses ja, ganz okay, ganz nett hinaus. Also da ist einfach so viel Luft noch nach oben, viele Sachen, die man nicht nutzt, dass viele Charaktere auch auftauchen, um dann direkt wieder entsorgt zu werden, finde ich auch ärgerlich. Das Ganze könnte einfach mehr Tiefe vertragen. Ich hoffe, dass Jon Favreau nicht alle Drehbücher schreiben wird zur zweiten Staffel, aber ich hab da schon meine Befürchtung, weil ich den Mann für irgendwie sehr uninteressant halte als Künstler. Und Disneys Erfüllungsgehilfe Nummer eins ist es halt und das merkt man. Ansonsten, also ich geh jetzt durchaus, ja, ich bin so leicht neugierig auf die zweite Staffel, ich werd auch dranbleiben, aber ich muss sagen, ich kann diesen Hype um die Serie halt wirklich gar nicht nachvollziehen, weil die für mich teilweise erzählerisch erstaunlich altbacken und rudimentär daherkommt, aber ich vergebe auch wohlwollende drei von fünf Beskarplatten. Und das war's. Genau. Das war's soweit. Ja, weiß ich nicht, wollt ihr euch noch verabschieden? This is the way. This is the way, wir steigen jetzt alle in unser Schiff. Genau. Das war der Weg. Und fliegen davon. Mit stotternder Lichtgeschwindigkeit. Lassen alles hinter uns. Lassen alles hinter uns. Richtig. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö. Ciao. Bis dann. Applaus Applaus Vielen Dank.